Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Rainbow Loom Hund macht. Dazu benötigen wir den Loom, den Haken, 89 Gummibänder für den Hund, 3 Gummibänder für die Augen und die Nase des Hundes, ein Gummiband für die Zunge des Hundes und ein Gummiband für das Halsband des Hundes. Zu Beginn legt ihr den Loom so, dass der rote Pfeil zu euch sieht. Dann nehmt ihr ein einzelnes Gummiband und spannt dieses in der Mitte einen Stift hinunter. Ab jetzt nehmt ihr immer zwei Gummibänder. Die ersten zwei spannen wir vom Lenken zum mittleren Stift. Die nächsten vom mittleren zum rechten Stift. Und dann auf jeder Seite einmal hinunter. Dann gehen wir in der Mitte noch einmal einen Stift hinunter. Und die anderen zwei Seiten werden jetzt geschlossen. Das heißt, vom linken zum mittleren Stift und vom rechten zum mittleren Stift. Dann kommt der Hals des Hundes. Dazu gehen wir in der Mitte einmal hinunter. Jetzt nehmen wir immer nur ein einzelnes Gummiband. Jetzt machen wir dieselbe Form wie oben. Jetzt einmal hier nur den äußeren Rand und nur mit einem Gummiband. Und jetzt machen wir die Hals des Hundes. Jetzt machen wir hier in der Mitte ein Sternenmuster. Dazu nehmt ihr jetzt wieder immer zwei Gummibänder. Beginnen wir einmal von der Mitte nach oben. Und jetzt gehen wir im Uhrzeigersinn immer von der Mitte zum nächsten Stift. Drücken die Gummibänder immer gut nach unten. Gut, wenn es fertig ist, sollte es dann so aussehen. Und dann machen wir in der Mitte, geben wir jetzt noch ein einzelnes Gummiband dreimal um diesen mittleren Stift. Eins, zwei und drei. Gut, jetzt machen wir bei dem Gesicht des Hundes weiter. Und dazu machen wir als erster die Nase. Dafür brauchen wir ein einzelnes schwarzes Gummiband. Und dieses geben wir fünfmal um den Haken. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Damit hier fünf Ringe entstehen. Dann nehmen wir drei Gummibänder von der Farbe des Gesichtes des Hundes. Die spannen wir beim Haken ein. Und dann schieben wir die fünf Ringe über den Haken auf die gespannten Gummibänder. Dann geben wir die zweite Seite auch auf den Haken. Und jetzt nehmen wir ein einzelnes Gummiband. Und jetzt spannen wir auch diese Ringe auf das einzelne Gummiband. Gut, und die Nase kommt jetzt von diesem zu diesem Stift. Jetzt machen wir die Zunge des Hundes. Dafür brauchen wir ein einzelnes Gummiband. Ich nehme dafür rosa. Und in dieses einzelne Gummiband, da soll jetzt in der Mitte ein Knoten entstehen. Das heißt, wir ziehen das Gummiband auseinander. Das geht natürlich sehr schwer, da das Gummiband so klein ist. Und wenn ihr den Knoten dann habt, dann schaut ihr, dass der Knoten in der Mitte ist. Dann nehmt ihr wieder den Blum. Und die Zunge wird jetzt über der Nase auf diesen Stift mit einer Seite eingespannt. Und die andere Seite, die drückt ihr einfach mit dem Haken nach unten. Jetzt nehmt ihr von der Nase das obere quergespannte Gummiband. Dieses hier. Und dieses gebt ihr auch um diesen Stift. Damit die Nase jetzt über der Zunge liegt. Dann kommen wir zu den Augen des Hundes. Dazu nehmt ihr ein einzelnes schwarzes Gummiband. Geht zum ersten recht benutzten Stift hinauf. Und gebt dieses Gummiband viermal um diesen Stift. Eins, zwei, drei und vier. Dasselbe macht ihr auch auf der linken Seite. Ihr nehmt ein einzelnes schwarzes Gummiband. Und gebt dieses viermal um den linken Stift. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt nehmt ihr ein einzelnes Gummiband in der Farbe des Gesichtes. Und spannt dieses quer über diese zwei Stifte, wo wir gerade die Augen hinaufgegeben haben. Dann nehmt ihr den Haken. Fahrt von außen. Holt ihr die schwarzen Gummibänder. Und gebt diese über den Stift in die Mitte. Und dasselbe macht ihr auch auf der linken Seite von außen. Die Ringe über den Stift in die Mitte spannen. Damit ein Auge links ist und ein Auge rechts ist. Wenn ihr die Augen dann so habt, nehmt ihr den Haken. Und dann drückt ihr die gespannten Gummibänder auch einmal um diesen mittleren Stift. Damit sich jetzt alles hier auf den mittleren Stift zusammen trifft. Und jetzt gehen wir wieder hinunter. Und wir machen jetzt den Schwanz des Hundes. Und dazu brauchen wir hier unten die freien Stifte. Und dann nehmt ihr zwei Gummibänder und spannt diese einfach bei zwei Stiften ein. Dann noch einmal zwei. Jetzt nehmt ihr ein einzelnes. Zieht es auseinander. Formt einen Achter. Gebt es noch einmal um den Finger, damit das Gummiband doppelt ist. Das geben wir hier auf den Stift. Jetzt nehmen wir ein einzelnes Gummiband. Und geben dieses fünfmal um den letzten Stift. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Jetzt können wir den Schwanz schon verloomen. Dazu drücken wir die oben gerade gespannten Gummibänder zurück. Und holen nur die unteren Gummibänder heraus. Spannen sie noch vor. Holen wieder die zwei unteren Gummibänder raus. Spannen sie noch vor. Noch einmal und noch ein letztes Mal. Jetzt gebt ihr die Gummibänder auf den Haken. Könnt ihr den Schwanz herunterziehen. Beim letzten vorsichtig mit den Fingern mithelfen. Da dieses Jahr ganz fest ist. Und den Schwanz nehmen wir den Loop. Jetzt, was wir jetzt machen, müsst ihr gut aufpassen. Wir nehmen von diesem letztbenutzten Stift die oberen zwei Gummibänder auf den Haken. Diese zwei. Und auf diese zwei Gummibänder schieben wir jetzt den Schwanz des Hundes. So, hinauf. Dann geben wir diese zwei Gummibänder wieder auf den Stift hinauf. Und den Schwanz, den geben wir jetzt unter die sternförmigen Gummibänder hindurch. Und lassen ihn einfach da unten so jetzt hängen. Da wir den Schwanz jetzt dran gemacht haben, können wir schon den Stern in der Mitte verlumen. Dazu drücken wir die oberen drei Ringe zurück und holen die ersten zwei Gummibänder heraus. Und geben sie zum Stift zurück, wo sie herkommen. Bei mir ist das der linke obere Stift. Dann holen wir die nächsten zwei Gummibänder heraus. Das sind bei mir die vom linken unteren Stift. Und geben sie zu diesem Stift zurück. Dann holen wir die nächsten zwei Gummibänder heraus. Das sind bei mir die vom unteren Stift. Die nächsten zwei oberen Gummibänder. Das sind bei mir die vom rechten unteren Stift. Die nächsten zwei sind die vom rechten oberen Stift. Und die letzten zwei sind die vom oberen Stift. Das sollte dann so aussehen. Gut, jetzt machen wir die Vorderpfoten, die Hinterpfoten und die Ohren des Hundes. Dazu nehmen wir wieder hier unten unbenutzte Stifte. Als erster machen wir die Hinterbeine des Hundes. Dazu nehmt ihr zwei Gummibänder. Spannt diese auf zwei beliebige Stifte. Noch einmal zwei Gummibänder, eines darunter. Jetzt nehmt ihr wieder zwei Gummibänder. Und diese zwei Gummibänder gebt ihr einmal. Und noch einmal auf den letzten Stift. Dasselbe machen wir gleich noch einmal. Denn der Hund hat ja zwei Hinterpfoten. Zwei Gummibänder. Noch einmal zwei Gummibänder. Dann nehmen wir wieder zwei Gummibänder und geben diese einmal, zweimal um den letzten Stift. Dann nehmen wir den Haken und verloomen die hinteren Beine. Und auch die linken, die andere Pfote. Gut, wenn ihr das dann habt, dann nehmt ihr das, die erste Hinterpfote herunter und gebt sie auf den linken unteren Stift. Und dann könnt ihr auch das andere runternehmen und die gebt ihr auf den rechten unteren Stift. Jetzt machen wir die Vorderpfoten. Dazu gehen wir wieder zu den unteren unbenutzten Stiften. Nehmen ein einzelnes Gummiband. Dann zwei Gummibänder. Und dann nehmen wir ein einzelnes Gummiband und geben es dreimal um den letzten Stift. Dasselbe machen wir noch einmal. Ein einzelnes Gummiband. Zwei Gummibänder. Und ein einzelnes Gummiband. Das wir dreimal um den Stift geben. Jetzt können wir die Vorderpfoten verloomen. So drücken wir die oberen Ringe wieder zurück, holen die unteren zwei heraus und spannen sie noch vor. Dasselbe auch bei der anderen Pfote. Zwei Gummibänder und das einzelne Gummiband. Dann geben wir die erste Vorderpfote auf den Hacken und geben sie vom Lungma runter. Die erste Pfote geben wir links oben hinauf. Und die zweite Pfote geben wir rechts oben hinauf. Jetzt kommen wir zu den Ohren des Hundes. Dazu nehmen wir wieder unten beliebige Stifte. Wir nehmen ein einzelnes Gummiband. Geben es auf zwei Stifte. Dann nehmen wir drei Gummibänder. Noch einmal drei Gummibänder. Dann nehmen wir ein einzelnes Gummiband. Formen einen Achter. Geben es doppelt um den Finger. Dann geben wir das da unten hinauf. Und zum Schluss geben wir ein einzelnes Gummiband viermal um den letzten Stift. Und dasselbe machen wir gleich noch einmal. Ein einzelnes Gummiband. Ein einzelnes Gummiband. Drei Gummibänder. Noch einmal drei Gummibänder. Ein einzelnes Gummiband doppelt nehmen. Und hinauf geben. Und ein einzelnes Gummiband. Und ein einzelnes Gummiband viermal um den letzten Stift geben. Eins, zwei, drei und vier. Dann können wir zum Verlumen der Ohren beginnen. Drücken die oberen vier Ringe zurück. Holen die unteren zwei Gummibänder heraus und spannen sie nach vor. Die nächsten drei Gummibänder nach vor. Die nächsten drei Gummibänder. Und das einzelne Gummiband. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Reihe. Vier Ringe zurückdrücken. Und dann zwei herausholen, noch vorspannen. Drei noch vorspannen. Noch einmal drei. Und das einzelne. Beim Herunternehmen jetzt. Sehr ganz vorsichtig sein, da hier nur ein einzelnes Gummiband ist. Deshalb am besten mit den Fingern nachhelfen. Und das erste Ohr geben wir hier im mittleren zweiten Stift hinauf. Und lassen es einmal auf diese Seite schauen. Und dann gehen wir hinunter und nehmen das zweite Ohr herunter. Ganz vorsichtig. Und geben auch dieses auf den zweiten mittleren Stift. Dann können wir auch schon zum Verlumen beginnen. Dazu gehen wir zum mittleren untersten Stift hin. Wir drücken die oberen vier Ringe zurück und holen das erste Gummiband von unten heraus. Das geht zum linken Stift. Dann gehen wir hier gleich unter die ganzen Beine und alles und holen nur das ganz untere Gummiband heraus. Und spannen dieses auf den vorderen Stift. Dann holen wir hier das einzelne untere Gummiband heraus. Spannen es über den mittleren Stift. Dann gehen wir wieder zum untersten Stift, holen das einzelne Gummiband und spannen es über den rechten Stift. Dann gehen wir zum rechten Stift, drücken alle Gummibände zurück, holen nur das einzelne untere Gummiband heraus. Spannen es ganz vorsichtig, damit es ja nicht reißt nach vor. Dann gehen wir hier hinunter, holen das untersteig Gummiband heraus. Spannen es nach vor. Gut, und der mittlere Teil eures Hundes sollte jetzt so aussehen. Hier immer die gespannten Gummibänder sieht man hier jetzt ganz gut. Dann können wir beim Nacken des Hundes weitermachen. Dazu fahren wir hier mit dem Haken hinein, drücken alle Gummibänder zurück und holen nur die unteren zwei Gummibänder heraus und spannen sie auf den vorderen Stift. Dann holen wir hier angekommen die zwei oberen Gummibänder heraus und spannen sie auf die rechte Seite. Hier habe ich einmal eines und das zweite. Jetzt gehe ich gleich auf der rechten Seite nach vor, spannen alle Gummibänder zurück, holen die untersten zwei Gummibänder heraus und gebe sie auf den vorderen Stift. Hier hole ich auch die unteren zwei Gummibänder heraus und gebe sie über den mittleren Stift. Gut, dann hole ich hier die nächsten zwei Gummibänder heraus, sind die der linken Seite, gebe sie über den linken Stift und wieder alle Gummibänder zurückdrücken, nur die unteren zwei Gummibänder holen und nach vor spannen und hier wieder die unteren zwei Gummibänder holen. Und vorsichtig auf den mittleren Stift spannen. Gut, und dann gehen wir wieder zum mittleren Stift zurück, aber bevor wir die zwei Gummibänder jetzt nach vor spannen, nehmen wir mit dem Haken die Nase oder mit den Fingern und spannen diese über den hinteren Stift. Gut, dann nehmen wir mit dem Hacken und spannen diese zwei Gummibänder auf den selben Stift. Gut, jetzt holen wir mit dem Hacken die Nase, dass sie hier so herauszieht, ah, die Zunge ist das, dass sie hier so herauszieht. Dann geben wir die Nase wieder zurück, damit wir auch die letzten zwei Gummibänder lumen können. Dazu drückt ihr jetzt das quergespannte Gummiband von den Augen zurück, holt nur die unteren zwei Gummibänder und spannt diese auf den vorderen Stift. Und jetzt, hier oben angekommen, holen wir das eine untere Gummiband. Ziehen wir ganz vorsichtig daran. Spannen es auf den vorderen Stift, dann nehmen wir das untere Gummiband, geben es über den Stift und ziehen. Dann entsteht hier ein Knoten und dieser Knoten hält den ganzen Hund zusammen. Daher ganz vorsichtig sein. Das Gummiband gebt ihr am besten, also die Schlaufe am besten auf euren Finger. Und dann können wir den Hund vom Lumen herunterlösen. Dazu verwende ich den Haken und beginne von unten. Und wenn ihr den Hund vom Lumen heruntergebt, solltet der dann... so aussehen. Und jetzt müssen wir den natürlich noch ein bisschen richten. Dazu schaut ihr, dass die Füße nach unten schauen und der Schwanz nach oben. Und den Kopf drückt ihr dann so nach vor. Drückt ihr dann die Augen heraus. Die Nase und die Zunge. Die Ohren könnt ihr ein bisschen lang ziehen. Und dann geben wir dem Hund noch ein Halsband hinauf. Dazu nehmt ihr eine beliebige Farbe. Gebt es doppelt um den Finger und dann einfach um den Hals. Und euer Rainbow Loom Hund ist fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zusehen.